Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es um Verzauberung. Ich hatte schon mal ein Video zum Okkultisten gemacht. Wenn ihr mehr zum Okkultisten wissen wollt oder eine Basis aufbauen wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall das Video, was ich oben verlinke. Aber heute geht es um diesen einen Punkt Verzauberung beim Okkultisten. Und zwar ist es so, dass jedes Item einen bestimmten Wert hat, der zu einer erhöhten Chance auftreten kann. Das Ganze zeige ich euch jetzt mal anhand eines Ringes. Es ist nämlich so, wenn ihr einen Ring habt, ich kaufe mal hier gerade einen. Oh, da ist wichtig. Ja, es ist nämlich so, dass der Ring zu einer sehr, 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 sehr hohen Wahrscheinlichkeit beim Okkultisten immer die Chance hat, die Crit-Chance zu verzaubern. Solange Crit-Chance noch eine mögliche Möglichkeit ist. Das Zeichen macht das jetzt weg. Und jetzt zu 99% werden wir Crit-Chance sehen. Crit-Chance. Und das ist bei jedem Item so. Bei Ringen, bei Waffen, bei Handschuhen, bei Hosen und, und, und. Und da gibt es natürlich auch eine richtig geile Übersicht. Das zeige ich euch einmal. Es gibt nämlich hier von D4 Craft. Ich werde euch den Link unten auf jeden Fall einmal in der Videobeschreibung verlinken. Und hier habt ihr, wie gesagt, den Ring. Und so sieht das Ganze aus. Dann seht ihr immer da, wo dieser Schädel ist. Critical-Strike-Chance hat eine extremst hohe Priorität, dass das verzaubert werden kann. Hier Priority-Affix will appear as an Enchantment-Choice, if possible. Und wie ihr gerade gesehen habt, Crit-Chance war möglich. Also kommt das auf jeden Fall. Dazu kommen noch verschiedene Special-Affixes, Aspekt-Affixes und, und, und. Könnt ihr euch mal richtig schön anschauen. Interessant sind vor allen Dingen hier natürlich Waffen und Helme und sowas. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt sagt, ich will den und den Build bauen und brauche das und das auf meiner Armor. Damit ihr genau wisst, was ihr schon finden müsst, was schon drauf ist und was ihr dann rerollen könnt. Zum Beispiel beim Helm ist sowas wie Total Armor ja immer extrem wichtig und, ähm, Stärke vielleicht nicht so. Deswegen würde ich schon schauen, wenn ihr jetzt beides auf eurem Helm haben wollt, dass ihr einen Helm nehmt, der schon Stärke drauf hat. Anstatt einen Helm zu nehmen, der schon Total Armor drauf hat, weil es schwieriger ist, Stärke darauf zu rollen als Total Armor. Und dann gibt es noch hier dieses Zeichen. Hier gibt es noch ein Scaling, was immer hoch geht. Also, Progressive Scaling bedeutet, dass das Scaling immer hoch geht. Umso öfter ihr rerollt, umso öfter geht das hoch und es geht nie runter. Äh, das ist mir auch schon öfter mal aufgefallen, ob Progressive Scaling, dass das irgendwie immer höher ging und nie runter. Das war ganz geil. Die Seite solltet ihr auf jeden Fall einmal auschecken, wenn ihr mehr zu dem Thema Verzauberung wissen wollt. Ähm, ich kann dir gerade mal noch als Beispiel eine Waffe nehmen, das ist vielleicht auch ganz interessant. Two-Handed Eggs, was haben wir da? Da haben wir zum Beispiel gar nichts. Da gibt es keine Prio, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass hier vielleicht sowas wie Crit, aber Crit nichts. Oh, da müssen wir auch nochmal eins gucken. Bei dem auch nicht. Sword auch nicht. Haben alle Waffen keine Prio, ist das nur bei normalen Gegenständen? Gut, dass wir hier einmal durchgehen. Jetzt gehen wir nochmal auf Focus. Ah, Focus hätte was. Crowd Control Duration, Basic Skill, okay. Und Panzer wahrscheinlich auch, klar. Potion Drop Rate, so ein Scheiß. Äh, Dornen, okay. Und wie ist es bei einer einhändigen Waffe? Na, Axt? Auch nicht. Also vielleicht nur was in der linken Hand ist, was mit Schild. Okay, linke Hand auch noch. Also alles außer rechter Hand kann man, hat man eine Prio drauf. Attack Speed, auch interessant. Und hier wieder Progressive mit Maximum Life. Sucht euch hier, also tobt euch hier mal ein bisschen aus. D, Fearcraft, für mich auch eine ganz neue Seite gewesen. Und ist extrem interessant zu wissen, dass halt bestimmte, ähm, Afixe eine erhöhte Chance haben, eine Priorität haben. Weil manchmal, ich kenne das von mir selber, suche ich wie ein Irrer nach einer bestimmten, äh, nach einem bestimmten Afix. Habe ich Kritschance drauf, hier haben wir die. Oh, Amulett und Ränge, das würde mich noch interessieren. Weil ganz oft will ich Amulett haben und dann Ränge darauf. Kann man das pro Klasse sehen? Kann ich eine Klasse aussuchen? Ja. Äh, Druide. Druide, Klasse. Könnt ihr natürlich beides auswählen und seht ihr auch für die Klasse. Und hier sehe ich jetzt gar nichts von Leveln. Ah, hier sind die Ranks. Die Ranks. Und die haben tatsächlich auch eine Prio. Okay, Ränge haben Prio, gut zu wissen. Eins bis zwei. Spirit Cost Reduction auch. Also so könnt ihr, ne, mit der Klasse auch hier ein bisschen. Sagen wir mal, wir hätten jetzt den Rogue. Auf ein Amulett, dann hätten wir hier wieder Ränge und Ränge. Ist extremst, extremst spannend. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich manchmal Sachen re-role, die nicht eine Prio haben. Wie ist das bei Gloves und Druide? Attack-Spiel-Kritschance ist auch eine Prio. Und ihr seht, ich habe hier jeweils eigentlich auch die Prio genommen. Bei den Schuhen, können wir auch gerade mal gucken, Boots, habe ich drauf, ihr seht das gerade nicht, aber ich habe Kostenreduktion für Geisteskraft drauf. Und das ist kein, doch, ist auch ein, ein Prio-Stat. Was könnte man denn drauf machen? Dodge ist noch Prio-Stat. Movement Speed zum Beispiel nicht, ne. Aber Movement Speed habe ich zum Beispiel schon drauf. Ne, Movement Speed hatte ich schon drauf. Und Kostenreduktion habe ich mir dann gererollt. Und so solltet ihr das auf jeden Fall auch machen. Dass ihr die, die keine Prio drauf haben, drauf sind, dass ihr die schon vorhanden habt. Und die, die ihr drauf rollen wollt, ne Prio haben. Und das, äh, ein kleiner, äh, ne kleine Info für euch. Solltet ihr auf jeden Fall benutzen und drauf achten. Wenn euch das gefallen hat, gerne ein Like auf dem Video lassen. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen, Leute. Und sage ich bis zum nächsten Mal, haut rein. Übrigens, morgen, bevor wir reinhauen, morgen, äh, Patch Notes für euch. Heute Patch Notes, heute Abend, wird morgen dann, äh, auf jeden Fall ein Video zu kommen. Bin ich extrem gespannt, was da drin steht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, ein Follow da lassen. Bis zum nächsten Mal, haut rein.